Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Harsefeld, unserem Schildierprojekt. Obwohl wir mit dem ROPA-Card unterwegs sind und drüber merken. Aber wir sind jung und brauchen die Kohle. Mr. Bescheid. Sortele Romia. So. Hier aber Vollgas. Wir hoffen, dass wir das Feld irgendwann mal runter kriegen. Aber so groß ist es ja nicht mehr, was wir jetzt schon ein ganzes Stück weggetroschen kann man jetzt nicht sagen, aber geerntet. Ich kann aber sagen, bei jeder Runde wird es weniger. Aber ganz paar Runden müssen wir leider noch drehen. Ob wir nun wollen oder nicht. Ich mache zwei Kreuzwege, da kommt Mission erfüllt. Das zeige ich schon mal dazu. 65% schon wieder. Das geht ja doch relativ zügig. Obwohl es noch eine Ladung geht, das Auto in den LKW-Anhänger musste und dann zu Verklingeldingen. 15% ist der Akribel voll. OK. Ga' ich gleich mal. Logs wir mal. Was ist da vorher? Oder hat es mit dem Bindrunk-Horfe? Äh vorher. Jetzt muss ich mal ein Stück zurück, so. Jop, ein Lader passt bloß rein. Und dann müssen wir hier wieder. Bis zu weit weg, das sehe ich jetzt schon. So, ich bin jetzt näher ran. Jetzt geht's ja. So, die letzten 3%, 2%. Und wir sind voll. Jetzt kommen wir hier rum. Nicht ganz. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Noch eine Klappe zu. Auf geht's halt. Fangen wir hier mal so ein bisschen durch den Strip. So, an den Holzdingern vorbei, die ich gar nicht mehr frontal treffe. So, wir werden jetzt mal ins Land geformelt mit meinem Elkewerbschläger erwischt. So. Jetzt wissen wir mal wo wir rein müssen. Dann passt das über alles. So. 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 Und rum. So. So, ich muss kurz drauf achten. So, ich muss kurz drauf achten. Auf meiner Seite muss ich dann irgendwann mal wieder kleine Gasse reinkommen. Da müssen wir auch über die Brücke oder so was fahren, so war es da. Puh, da kommt die da nicht vorbei. Das muss man hinterher zu spielen, weil wir nicht überholen können. Ich wäre blöde. So, bitte. Jetzt aber sie... So, da muss man schon mal einen überholt. So, da müssen wir schon mal einschleichen oder bremsen. So, hier ging ich irgendwo gleich rein. Ne, hier noch nicht. Das war eine Straße. Oh, da stirbt ab. Der hat meinen ganzen Schwung genommen. Jetzt stirbt er gerade ab. Hier. Ist hier die Straße? Das hier rein. Ja, das war auch die Straße. Genau. Hier müssen wir rein. Das ist die Straße. Das ist die Straße. Vielleicht stelle ich mal vor. Ich wirke hier mit einem normalen Anhänger vor. Da habe ich vielleicht 30 oder so. Drei Straße lieber fast. Deswegen war ich ja nur am hinterhergönteln. Das war die Katastrophe. Das war die Katastrophe. So, gleich sind wir da. So, schon mal bremsen hier mit dem Tor. So, jetzt geht es jetzt auch nach der selbe. Wir müssen an der anderen Seite aufgehen. Vielleicht ist Tor. So, wir fahren hier oben lang und dann kommt das Zwischenendinger wieder raus. Das ging jetzt hier rein, genau. So, zack. Schickes Foto. So. Hier haben wir Rüben, Kartoffeln. Was ist das andere hier? Das ist wie Zwiebeln. Was ist das? Knoblauch. Rote Beete. Und das sind Karotenseiten. So, wenn ich mal grob von der Färbung eigentlich so geguckt. Und das sind die zun. Und das sind die Zwiebeln. Und das sind die Zwiebeln. Jetzt sind wir beim nächsten mal vielleicht bei 90 knapp. Jetzt sind wir hier durchquetschen durch die engen Straße. Das ist ein idyllisches Fleckchen für die Fabrik, muss man mal so sagen. Nicht schlecht, sehr schwächt. Aber die Straße für größere Fahrzeuge ist ein bisschen problematisch. So. So, dann machen wir sie mal schnell vorbei schnorcheln. Krass, wo die Schwung kommt. Jetzt auch den Schwung. Dann sieht es mal auch aus. So, auf unsere Spur. So, die 24 war es nicht. Da fällt 22. Und da ging es auch wieder rein. Da kommt eine kleine Straße her. Ich sehe sie schon den Weg. Da ist sie anhand der Fabrik. Das ist gut zu merken hier. So, rum hier. In der Felswunschwelle. Ich musste mal rein. Ich glaube, ich bin schon falsch gefahren. Ich habe den Feldweg reingemusst. Aber hier kann man ja auch in der Felswunschwelle. Hier kann man ja lieber hinweilen. Hier ein bisschen ein Stück weiter unten. Äh. Bin ich total falsch, oder? Wo kommen wir hier raus? Irgendwie habe ich mich gerade total verfranzt. Hilfe! Ich bin hier am Gebüschfest. Alle am Zaun. Ach man. Darüber müssen wir. Hoffentlich sind sie eingezäumt. Sonst mache ich jetzt neu. Aber beim Glück ist das eingezäumt. Und jawoll. Genauso dachte ich mir das. Guck mal rein. Ach man. Wiegst du immer falsch ab. Hast du nur Hütelei. Ist ehrlich so. Jetzt lassen wir uns bloß hier wieder. Lass mal hier durchpassen. Das wird jetzt nicht so einfach werden. Oh man. Ich krieg die Krise. Eigentlich sind sie jetzt schon wieder. Oh man. Ich krieg die Krise. Eigentlich sind sie jetzt schon wieder. Komm. Jetzt ja. Das müssten wir schaffen. Weil da müssten wir nämlich gerade sein. Bevor wir durchstehen. Gut. Wo geht es jetzt hier raus? Fährt es? Geht es hier vorne? Kommen wir da raus? Ich hoffe es doch mal. Ja. Ja. Hier geht es raus. Gott sei es gedankt. Immer falsch abgebogen. Wunderwurstbrühe. Ja. Die Dinger. Ich hasse die. Die liegen. Zwei Meter bevor da geht. Da tauchen die auf. Irgendwann schnappe ich mir und gehe. Und er rupt die Dinger aus. Irgendwann. Irgendwann sind sie in Mode. Das sag ich euch. So. So. Jetzt geht es hier weiter. So. Weiter geht es mich ab. So. Was mich mal so bitte interessieren wird. Wie viele von der Mission schon weg haben. Aber ich will nicht gucken. Ich will nicht gucken. Weil mir da sind wahrscheinlich das Gesicht einschläft. So. So. Weiter geht es. Nächste Spur. 保f. Anhalt. Anhalt. Bist. Anhalt. 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 Das werden noch mehr als 5 Ladungen. Das weiß ich schon, dass es mehr als 5 Ladungen werden. So, jetzt hier rein. Nicht überlegen, ob ich schon mal eine Runde geschafft habe. Jetzt fahre ich schon über eine Runde. Wo wir oben an der Spitze sind, haben wir eineinhalb Runden geschafft. Im Tank. So klingt gerade ein bisschen aufgrund. Wir wollen aber hier rein fahren. Nie solche Dinger hermachen. Wir wollen ordentlich arbeiten. Wir brauchen jede Rübe. Wir brauchen eineinhalb Runde. Jetzt hängen wir auch schon fast eine Woche dran. So, gleich sind wir voll. So, Dilly. Let's go. So, auch noch halb unten knapp schaffen wir jetzt. Darf ich mich bloß nicht so weit vorstellen, weil ich musste da wieder spitz rein. Oder, dass sie in der Kurve getankt hat. Ja, jetzt kommen wir vielleicht am besten, wenn ich wieder bei der nächsten Runde im Weg. Mit dem Punkt überfahren wir ja definitiv. Aber wenn ich gerade so auf den Timer gucke, wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge werden. Denn wir sind leider schon wieder am Ende für diese Folge. Mensch, Mensch, Mensch. Die Zeit verflickt beim Rübenernten. Ich brauche den jetzt bloß noch um. Und in der nächsten Runde machen wir dann, äh, in der nächsten Folge machen wir dann weiter hier mit den Rübenernten. Ich hoffe, das werden wir schätzen. Nur zwei Folgen werden es wahrscheinlich noch dehnen. Aber ich verabschiede mich einfach für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt Euer Ja so.